Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Wie man hier schon sieht, ich habe den Unstable Branch, oder wie das heißt, runtergeladen. Abbeat Giraffe. Ich meine, ich wollte erst das Winter-Update warten, dann kommt es und kommt es. Und dann geht es, ach komm, probierst du den Unstable. Und ja, schauen wir mal. Und wie man hier schon sieht, jetzt sind die Nova-Kit-Fall da. Mal kurz gucken. Gibt es da auch den Son-Goku? Könnte das nicht, nein. Nehme ich überhaupt einen Nova-Kit. Warum nicht? Ach, die gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Das sieht doch cool aus. Ja, den nehmen wir. Die sehen irgendwie interessant aus. Deswegen ist es neu. Deswegen, den nehmen wir. Den nehmen wir. Ja. Oh, das passt doch. Hä? Ach, guck mal. Was da alles gibt. Das gefällt mir. So, wir nehmen natürlich Dingsbums Casual. Und wir starten. Und ich bin mal echt gespannt. Es hieß, es gibt viele, viele Neuerungen. Nein, Moment, ich muss mal kurz das Mikro ein bisschen gerade rücken. Aber es ist auch sehr unstabil. Und ich glaube, es hat sich auch gleich schon mal aufgehängt. Das wäre es ja jetzt natürlich noch. Nein. Ich weiß nicht, wie es geht hier. Was? Schiff reparieren? Auch nicht schlecht. Fehler, Fehler. Repair-Ship. Ja, man sieht schon, es hat sich sehr viel getan. Ja, was brauche ich denn dafür? 20 Core-Fragmente. Was sind das denn? Ach, man sieht, ich komme hier gar nicht hin. Tutorial C. Achso, ja. Erstmal hier ein bisschen verteilen. Was haben wir denn? Ganz wichtig. Yay, man kriegt hier gleich Knarre. Obwohl, ich bin eigentlich eher Fan von Schwertern. Na, egal. Hm. New, 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 new. Alles klar. Es hat sich also, man sieht, schon einiges getan. Ach, jetzt, ja. Das heißt, wenn ich hier jetzt rüber... Ah, guck mal einer an. Quick Select Air. Ah, noch besser. So, jetzt muss ich hier erstmal kurz gucken. Was haben wir denn? DPS 20. 12 pro Schuss. 7, 12. Hey, das ist ja voll stark für den Anfang. Da frage ich mich jetzt, was für ein Planeten wäre. Ich kann ja nicht mal gucken, auf was für ein Levelplaneten ich bin. Beam to Planet. So. Wie immer. Ach, das sieht doch gut aus hier. Das geht irgendwie voll schnell. Erstmal ganz viel Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist mal Licht an der Truhe. Fängt ja gut an. Was haben wir denn hier? Damage per Swing 28. Und das Ding ist voll schnell. Alles klar. Aber die Truhe hätte ich auch gern. Ich muss jetzt nur mehr mit Shortcuts arbeiten, merke ich gerade. Yay, die geht voll ab. Was ist das denn eigentlich? In White to Part. Ah, alles klar. Nee. So. Gucken, ob das immer noch so ewig dauert. Natürlich. Schnarch. Kohle, 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 Kohle. Ganz viel Kohle. Ich meine, als Schiffantrieb kann ich es im Moment nicht benutzen. Weil ich muss ja so mein Schiff reparieren. Das Spiel hat, wenn man es so will, endlich mal... Mehr Holz gab es nicht. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Vor allem wurde es ja ganz so... Ach so. Der setzt das erstmal da oben rein. Was war denn das? F1. Ist aber... Ach so. Ja, aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen. So. Viel Holz gibt es nicht. So. Mal gucken, was die Knarre hier so taugt. Jo. Auf Reichweite auch noch eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Ich mag den Planeten jetzt schon. Was haben wir denn hier? Wird hier immer besser. Guckt mir das nur so vor? Oder gibt es hier schön viele... Viele Sachen. Egal. Wir fangen erstmal an. Habe ich überhaupt schon ein bisschen Cobblestone gesammelt? Ne, natürlich nicht. Ich müsste mir dann nämlich... Mal eine Axt bauen. Wenn das Ding ja nicht so schnell wäre. Und so einen kleinen Radius hätte im Gegensatz zum... zu einer Axt. Spitzhacke. Spitzhacke. Jetzt habe ich das deutsche Wort. Ich spiele eindeutig zu viel Englisch. Aber wenn wir hier sind, nehmen wir das gleich mal mit. Kriege ich natürlich wieder nicht. Kommst du her. Geht doch. Dich nehmen wir auch noch mit. Oh oh. Obwohl ich habe eine Knarre. Das ist ganz gut. Dich nehmen wir auch noch mit. Na komm schon. Ballon. Ah, bis Bäumchen. Yay. Mal kurz in meinem Emitar gucken. Was habe ich denn jetzt schon wieder alles? Nichts. Seppling. Na komm. Ich setze mal da hin. Warum habe ich so viele davon? Ich pflanze mal ein paar Bäumchen. So. Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Na egal. Ich bereise erstmal weiter den Planeten. Was haben wir denn hier? Das ist... Das gefällt mir ja ganz gut. Nichtig. Hihi. Wir müssen uns nämlich auch im Essen kümmern. Oh oh. Was war das? Achso. Ich habe keine Energie mehr. Jetzt verstehe ich das. Man siehe. Hier hat sich einiges getan. Scheiße. Da habe ich es abgebaut. So war das jetzt nicht geplant. Bäm. Bäm. Haha. Und ich sehe schon, der Planet ist sehr kohlereich. Komm her, du Mistvogel. Zielen will gelernt sein. Oh oh. Boah hat der, hat der mich gerade fast gel... Was ist denn das? Was auch immer es war, ich nehme es mal mit. Ich muss mich erst an die Steuerungsänderung hier gewöhnen. Aber yay. Starbound macht wieder Spaß. Boah, das hat mir die ganze Zeit schon Spaß gemacht. Aber es gab ja nichts mehr. Wenn man sich bis zum X-Sektor vorgekämpft hatte, was ich schon mal hatte. Oh kacko, ich glaube es wird Nacht. Dann gab es da einfach nichts mehr. Außer sinnlos Planeten zu erkundigen. So wie ich das jetzt hier mitgekriegt habe. In dem neuen Update gibt es jetzt auch ganz viele neue Missionen und Quests und alles. Und ich verpiss mich mal nach oben. Mein Schiff ist immer noch kaputt. Wen wundert's? Kann ich das essen? Naja, Schiff. Naja, Steuerung. Naja, damit geht das. Hm, kann ich mir nicht irgendwann mal meine Hungerleiste? Haben die überhaupt Hunger? Mining Power. Ah, alles klar. So. Plant Fiber. Oh, da habe ich ja viel von. Du kommst mal hier hin. Ihr kommt alle mal hier hin. Warum bin ich eigentlich hochgegangen? Das bisschen Craften kann ich auch selber. Nova Kid Flag. Auch nicht schlecht. Campfire brauche ich nicht. Wood Planks brauche ich aber. Zack. Kann ich noch nicht mehr, aber... Willst du mich jetzt veräppeln? Kann ich denn... Kann ich denn... Hallo, Crafting Table und so? Wie soll das denn sonst alles funktionieren hier? Ich meine, ich kann ja nicht mal was ernten. Geschweige denn was damit... Hä? Ja, komm, die Knarre, das machen wir hier. Pulse Jam. Ach, jetzt geht das hier. Ist auch nicht schlecht. 3D-Brenner, ja, alles klar. Aber... Mal gucken, Crafting Table hier ist er doch. 35 Wood Planner, auch nicht schlecht. Habe ich doch voll im Crafting Table übersehen. Ach, Mann. Hier. Prepare yourself. Plant Fibers. So, aber jetzt erstmal... Jetzt muss ich hier wieder einen Knopf finden. Und er hat es natürlich da oben reingesetzt. So. Schön. Jetzt komm, der sagt doch... Naja, jetzt brauche ich aber den Scheiß wieder. So, das sieht doch schon besser aus. Iron Anvil, dafür brauche ich erstmal... Eisen. Was ich aber suche? Hunting Spear, auch nicht schlecht. Zum Werfen. Crafting Table habe ich. Ich suche... Er wollte mich doch... Er wollte mich veräppeln. Gibt es überhaupt noch... Was? Waffen? Brauche ich ein Campfeuer für? Kann ich natürlich wieder nicht machen, weil... Ich kein Unwraff war... Oh... Cooking Table, was brauche ich da für Kupfer? Aber was sagt mir das? Es hat sich einiges verändert. Und... Ich merke gerade... Gibt es hier auch ein Bett? Ich hätte gerne ein normales Bett. Gibt es hier auch ein Bett? Ja. So. Nur natürlich geht mir jetzt schon wieder der Platz aus. Zack. Erstmal eine Runde heilen. Aber es hat sich echt einiges getan. So langsam ist Starbound, wie es sein sollte. Völlig neues Spiel draus geworden. Ja komm, heil dich ein bisschen schneller. Sprichwörtlich schnarrig. Ich muss noch nicht mal eine Polarine stellen. Ach ja. Gibt es jetzt noch nicht mehr Informationen? Nö. Egal. Zack. Oh Gott, es ist immer noch Nacht. Gefällt mir gar nicht. Egal. Ich gehe mal auf die Jagd. Was brauche ich jetzt eigentlich? Ach so. Ja, ganz viele Rohstoffe erstmal. Aber da ich ja noch nichts bauen kann. Zumindest das, was ich bräuchte. Funktioniert das jetzt eigentlich? Ne, natürlich nicht. Gott, bin ich bescheuert. Haha. Ha. Sehr schön. Aber die Waffe ist gut. Sehr gut sogar. Warte mal, habe ich da gerade ein bisschen... Kleinvieh macht auch Mist. Alles ganz interessant. Alles neu, alles schön. Wuuuuh. Oh, das ist gut, dass hier auch ein bisschen davon rumfliegt. Das gefällt mir jetzt sogar sehr gut. Äh, wo kommt er? Und ich glaube, ich lasse dich auch mal hier stehen, weil noch kann ich ja selber nichts in der Richtung machen, weil mir die Hacke dafür fehlt. Was haben wir denn hier? DPS 50. Damage per Swing 33. 36, aber viel langsamer. Egal. Oh, davon bräuchte ich was. Die lassen sich jetzt auch viel schöner abbauen. Gab das überhaupt? Ja, gab's. Wäre jetzt auch eine Frechheit gewesen, wäre nicht. Oh. Ne, ich hab's geahnt. Höh. Sollte ihr so viel Damage machen? Na ja, hier unten gibt's wenigstens schön viel von allem. Und vor allem Kohle. Wow, das ist ja die ganze richtige Ader hier. So, ich sehe. So, jetzt kann ich mal kurz. Kann ich natürlich doch gar nicht. Da-da-da-ding. Plant from ropes to clothe. Eh? Also ja. Obtäntsum, äh, ein bisschen hunting bow. Hunting spear. Ach so, ja. Untertitelung. BR 2018